Ich sage Ihnen eine Geschichte wie im Film, die muss ich Ihnen unbedingt erzählen. Sie war in der Leipziger Straße, in einem Mord und Salon, ein Sprügel, Keck und Verrasse. Sie hatte schön das Sohn und eines Tags, an der sie entdeckt, auch ganz so voll die Süden, sie finden. Die Stadt zwischen Seite und Spitze versteckt, am letzteren Lager ganz hinten. Erst kamen die Blüten mit Kleidern und dann die Chiffons von der Plie. Da lauft die Dessous und so weiter und dann, und dann kam sie. Er kaufte vor allem ein Wändchen, und schnell damit keiner siehe, steckt der jeden Sitzel ins Händchen, und heute macht zehn Uhr Zipplerin. Er wartet dann zur bestimmten Zeit im lauschigen Eckchen. Alleine, der Setsch hat die Fügel längst schon bereit, zum Teufel blicken die Kleidern. Und dann, und dann kam sie. Der Diener serviert, und dann verspannt er, und ließ sie beide allein. Erst küsst sie der Händchen, galant er. Sie sprach, aber bitte, ach nein. Die Stimmung war küsstlich und wunderbar, der Sekt schäumt, sie lacht dann fröhlich. Und nach der dritten Flasche war er glücklich, und sie war selig. Erst kamen die Blusen und Kleidern, und dann die Jepons von der Blüte. Und dann kam sie.